Ja, Quincy! Ja, wo ist denn der, mein Bub? Hier tust du dran anzutun. Ja, ist schon gut. Hast du eine Entdeckungsreise gemacht? Hast du vielleicht die Spatzen gesehen? Aber, liebe Freunde, nicht diese Spatzen, die ihr glaubt. Ich meine die Gumpelskirchner-Spatzen. Die sind nämlich da drinnen. Quincy, wir zwei, wir gehen jetzt zum Präsidenten des WWF. Das ist nämlich da hin und bei geladen. Da können wir jetzt sagen, du lauze, du lauze.